So Leute, wir kommen zu einem vielleicht Vlog. Was ist denn Vlog? Es ist hier ziemlich lang gewittert. Also es ist schon ein bisschen ruhiger geworden. Aber eben war viel mehr da. Vielleicht sehen wir auch mal einen Blitz. Es ist auf jeden Fall heller geworden. Es war eben noch voll dunkel. Es war gerade eben richtig geil. Aber die nur. Voll mehr nicht. Ja, genau. Drück Aufnahme an und es ist weg. Es ist auf jeden Fall ziemlich geil. Es war eben richtig laut. Es hat eben richtig laut gedonnert. Ja, aber hier sieht man nichts. Auf jeden Fall. Ich kriege nochmal nur die Regentropfen drauf. Komm. Such mir die Regentropfen. Aber eben hatte ich die nur drauf. Das sah richtig gut aus. Und das kriegen wir noch hin. Das ist mein einzig. Ein schöneschen. Wo? Auf der Ruhe. Wo? Ah, ich sehe es. Ich habe es aufgenommen. Ja, das kannst du aber schön dran sehen. Das ist schon weg. Aber kriegen wir noch die Regentropfen. Oh, 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 oh. Scheiße. Ich muss ja sagen, ich hasse Gewitter. Ich finde das... Ich finde das irgendwie cool. Nee, ich finde das total nervig. Ich finde das nur nervig, wenn das... Wenn das so... Habt ihr gesehen, wie traurig das war? Da kann ich nicht dringen. Scheiße, das ist nicht. Jetzt kommt die wieder die Regentropfen drauf. Ja, aber es hat irgendwie ein bisschen aufgehört zu regnen. Ja. Können wir jetzt noch Fenster aufmachen? Hör weg. Jetzt kommt das hier weg. Jo, scheiße. Da kommt ein bisschen Wasser in die Wohnung, aber ich hoffe, es ist kein Malkboden. Es ist voll schwarz. Ja, ich kann noch draufkriegen, dann sitzt er da. Warte. Den lässt sich gerade mit dem fühlten Handy auf. Ja. Ich hoffe, ich höre noch was, wenn ich hier bin. Aber das ist eigentlich eine gute Politik. Keine Ahnung, ob man sitzt da oder nicht. Ja, den Blitz sieht man vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall wirklich schlimm. Warte mal. Hier, das ist mein Hemd. Boah, das sieht hinten gelb aus. Guck mal. Das sieht aus wie so ein Tornado, so ein Stückchen. Ja, hier sieht das anders aus. Hier ist das grau drauf, aber es ist eigentlich wirklich gelb. Also meine Hand ist auf jeden Fall nass. Ja, Leute, da sieht man noch einen kleinen Regenbogen. Hier so, sieht ihr. Aber diese scheiße Wolken sind dazwischen und die Straße ist mega laut. Bei meinem Zimmer ist raus zu einer Hauptstraße, aber ich will. Michelle muss jetzt noch ein Foto machen. Erstmal wird die alles von meiner Fensterbank hier runter. Ich hoffe, dass der Regenbogen einfach mal ein bisschen stärker draus ist. Ich mach doch noch ein bisschen, oder nicht? Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Also der Regenbogen... Boah, den sieht man richtig gut nicht. Der ist riesengroß einfach. Nein, da oben ist der doch. Siehst du den? Ja, ich weiß, das geht immer wieder auf. Aber man sieht das. Wenn ich es hier so ein Filter noch drauf lege, dann sieht es geil aus. Ich versuch das mal, wenn ich das irgendwie kriegen würde. Aber man sieht eine Regenbogen auch gleich, oder nicht, Leute? Ich würde mal sagen, das war es jetzt mit dem... Jetzt kommt der Stärker, siehst du? Und es donnert nochmal eben kurz. Ich hoffe, man hört uns überhaupt wegen dem wunderschönen Wind. Ich halte mal hier so meine Hand dagegen. Und diese Autos sind ja auch laut. Aber eigentlich ist das iPhone dafür sehr gut geeignet. Man sieht den Regenbogen auf jeden Fall jetzt viel besser. Ich könnte das jetzt so lange halten, oder machst du ein Timelapse? Ab jetzt. Oh, da hinten ist der stark. Guck mal, wie stark der da ist. Guck dir das mal an, wie stark der da ist. Ja, also... Ey, der ist riesengroß einfach. Oh, guck mal, der kommt noch weiter. Geil! Seht ihr, wie krass das ist? Es sind zwei Stück hier. Einer ist riesengroß und der ist übertrieben groß. Da hinten hinten, also ganz groß. Und der hat der doppelte nochmal dazu. Und die sind auch einer. Es gibt nur einen. Also es ist auf jeden Fall sehr krass. So etwas habe ich auch noch nie gesehen. Vor allem ist es hier so grau, dunkel und hier so hell. Ist auf jeden Fall schon ziemlich krass. Und vor allem wie hell der einfach ist. Aber ich würde sagen, das war es mit dem Video. Lass doch einen Dorn nach oben da, wenn euch das gefallen hat. Wenn euch der Regenbogen gefällt. Ja, macht's gut. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.